Ja, hallo Angelfreunde, unser Livestream hier von der Angelwelt Berlin, Messe Berlin und ich habe die Stars wieder im Anglertalk. Auf meiner rechten Seite Professor Dr. Robert Arlinghaus, ein Wissenschaftler, der viel für die Angler tut und viel schon getan hat. Ich bin ganz froh, dass Robert heute bei mir im Anglertalk ist. Hallo Robert. Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung. Und auf meiner linken Seite ist der Weltmeister Dietmar Isaiasch, ein Angler, den eigentlich jeder kennt. Also ganz bekannt, schon lange in der Angelzene, wir kennen uns heute über 30 Jahre, glaube ich bestimmt. Didi, ja, also ich bin auch immer ganz stolz, wenn Didi bei mir im Anglertalk ist und wir mögen uns persönlich auch, sind befreundet zusammen und schön, dass du da bist. Danke, Didi. Ich habe zu danken, Dankeschön. Dietmar, die erste Frage an dich, Angelwelt Berlin, eine mega, mega Messe. Guck mal, was hier los ist. Alles voll Menschen. Wahnsinn, oder? Ja, vor allem, es hat sich in den letzten Jahren zu einer richtig coolen Messe entwickelt. Wahrscheinlich die größte in Deutschland. Und wenn ich mal so Revue passieren lasse, die letzten sieben, acht, neun Jahre, als das hier so in den Kinderschuhen war und Barbara und später dann Felix kam und sagte, wie kann man so eine Messe richtig cool gestalten, haben die wirklich was Tolles draus gemacht. Denn die haben vor allem eine Sache erkannt, man muss mit der Zeit mitgehen, man darf die Influencer nicht vergessen, man muss die Jugend mitnehmen und das ist unsere Zukunft. Und wenn die das richtig aufbauen, wird das noch für die nächsten Jahre die Messe schlechthin. Ja, unglaublich viele Stände und Robert Arlinghaus, Professor Dr. Robert Arlinghaus, muss ich ja sagen, ist ja auch da. Und Robert, wir kennen uns vom NDR. Wir haben einige Filme dort schon gedreht vom Norddeutschen Rundfunk, gerade was Hechte angeht. Mit Heinz Galling zusammen aus Ruderau, der Spaß beginnt. Und was gibt es Neues an Erkenntnissen, gerade bei den Fischen, wie Thema Entnahmefenster zum Beispiel? Ja, da haben wir ein paar neue Studien gemacht, konnten tatsächlich nachweisen, dass diese Vermutung, die wir immer hatten, dass die großen Fische mehr Nachkommen produzieren, tatsächlich belegt ist. Also wir haben Nachkommen genetisch zugeordnet in einem See den Eltern und können das nachweisen. Also pro Kopf, pro Tier gibt es da eine höhere Nachkommensleistung der großen Fische. Und das ist sicherlich ein neues, wichtiges Ergebnis, gerade im Kontext Entnahmefenster, weil da ja die großen geschont werden sollen, eben um den Bestand zu erhalten. Ja, ich mache ja nur auch Ausbilder, bin ich in Hamburg und bilde viele Anglerinnen und Angler aus. Und da haben wir ja schon im Fischereigesetz ein Entnahmefenster drin. Das heißt, große Fische müssen zurück. Da hast du auch viel mitgewirkt in Hamburg selbst, dass Hamburg praktisch das erste Bundesland ist, was ein Entnahmefenster im Gesetz verankert hat. Das ist richtig. Das liegt in Hamburg aber auch daran, dass die Elbe da so ein dominantes Gebiet ist. Man muss bei der Bewirtschaftung immer darauf achten, dass das gewässerbezogen ist. Und ich wäre jetzt kein großer Freund zu sagen, man muss jetzt Entnahmefenster immer überall, sondern es ist wirklich gewässerspezifisch. Bei starkem Angel- und Fischereidruck ist das eine wichtige Maßnahme, sodass es an der Elbe Sinn macht. Und es gibt ja auch in den Binnengewässern genügend Bewirtschaftler, denken wir an einige Berufsfischereibetriebe, viele Angelvereine, die das auch eigenverantwortlich umsetzen. Es muss also nicht zwangsläufig im Fischereigesetz sein. Es kann eben auch in der lokalen Gewässerordnung gewässerspezifisch implementiert werden. Kann ich nur bestätigen. Also das, was du gerade gesagt hast, haben wir vor vielen Jahren schon festgestellt, es gibt zum Beispiel auch Gewässer in den Niederlanden, wo man trotz des Fischpasses auch noch eine zusätzliche Angelerlaubnis kaufen kann. Ein Beispiel ist zum Beispiel Alkmar der Meer oben bei Amsterdam. Das ist ein Berufsfischer, der macht das schon in der x-ten Generation. Und trotzdem kann man dort immer noch viele schöne Zander fangen, auch große Hechte. Weil er hat gesagt, ich habe auch die Maschengröße angepasst. Er fischt auch nur eine bestimmt. Die kleinen Zander gehen durch, die in der Zwischengröße bleiben hängen. Und der Rest, er bleibt auch einfach nur vorne stecken und kann wieder wegziehen. Das heißt, du hast dort immer wieder gute Fische. Und trotzdem, er abfischt, hat man dort als Angler noch immer viel, viel Angelspaß und fängt auch große Fische. Und das ist, denke ich mal etwas, ich finde es toll, dass ihr das macht. Ich weiß, in Amerika gibt es ja diese Walleye Society, die haben das auch schon mal herausgefunden, wie das so im Endeffekt tickt. Aber ich finde das wichtig, dass es auch in Deutschland gemacht wird, weil das ist unsere Zukunft. Auf jeden. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, den wichtigen Punkt, den du sagtest, dass ein Teil auch entnommen wird. Und das ist auch wichtig zu verstehen, wenn wir gar keine Fische entnehmen, kommt es bei den Beständen eben auch zu Kümmerwachstum, zu Konkurrenz. Und das Wachstum geht runter. Also zu allen möglichen Geschichten. Also ein völlig unbefischter Bestand ist gar nicht optimal. Der hat zwar eine hohe Fangrate, weil es viele Individuen gibt, aber nicht unbedingt große Fische. Das heißt, eine gewisse Entnahme ist sinnvoll, eine Ausdünnung, sodass die Fische Platz und Fress und Raum haben, um sich zu ernähren. Aber eben eine natürliche Altersklassenaufteilung zu erhalten. Also nicht zu stark zu verjüngen. Und da ist Entnahmefenster eine von mehreren Möglichkeiten. Ja, also große Fische muss man dann auch zurücksetzen. So ist es in Hamburg beim Hecht, beim Zander, bei anderen Fischarten auch. Gerade Fische, die so ein bisschen unter Druck sind, Robert. Und das ist natürlich klasse. Und das setzt sich das jetzt immer mehr durch. Wir haben das ja in Holland. Dietmar, du fischt ganz viel in Holland. Sag was dazu. Ja gut, ich fische seit über 30 Jahren in den Niederlanden, habe dort viele Jahre gewohnt. Und die Sache ist ja die, die Leute haben relativ schnell begriffen, das, was auch die Amis begriffen haben. Man kann besser ein paar Berufsfischern viel Geld geben, den See oder die Flussstrecke abkaufen und dann dort eben diesen Leuten quasi das Angelrecht entnehmen. Also das Fischrecht mit Netzen, sondern Anglern das geben. Und siehe da schon, gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten. Und von daher nicht vergessen, dass wir als Angler deutlich mehr Umsatz generieren. Das ist ja auch dann die Gastronomie, die Hotels, die Angelgeschäfte, der ganze Tourismus. All das hat viel, viel mehr Auswirkungen als drei, vier Berufsfischer, die dann, was ich so, tonnenweise Fische rausholen und die dann eben irgendwie vermarkten. Also das hat deutlich mehr Auswirkungen auf alle. Auch der Sportsektor hat natürlich auch an der Müritz, die Müritzfischer haben das erkannt, dass das wirklich etwas ganz Wichtiges ist. Und in Niederlanden ist es auch so, dass die Leute gesagt haben, okay, ihr dürft zwar eine oder zwei Zander mitnehmen, den Hecht nicht, aber dann bitte auch, haltet euch auch an die Sachen. Und man sieht schon, klar ärgert man sich, wenn der Berufsfischer kommt und da wieder sein Netz durchzieht, aber man weiß auch, dass da nur noch ganz, ganz wenige von beschäftigt sind. Und die werden auch immer weniger, sodass also der Fischbestand, und der ist ja wirklich optimal, nichtsdestotrotz kann man auch in Holland mal einen Tag ohne Fischfang erleben. Denn das heißt halt, die Fische springen da auch nicht so einfach mal ins Boot. Man muss schon angeln können, das weißt du selber. Sie rasieren, du weißt, was ich meine. Aber solche Situationen gibt es nun mal auch. Und was ich ganz toll finde, ist, dass das, was wir als Angler immer so das Gefühl hatten, dass es auch echt so ist, dass die großen Fische ganz einfach genetisch bessere Veranlagungen haben. Es gibt ja auch bei den Menschenleute, die sind 2,10 Meter groß. Die werden wahrscheinlich eher das Größenwachstum an ihre Kinder weiterleiten, als jemand, der nur 1,50 Meter groß ist. Der wird selten wahrscheinlich Kinder von 2 Meter haben. Und deswegen so denke ich mal, dass das jetzt noch untermauert ist, macht die Sache ja für uns auch noch interessanter. Aber man darf nicht vergessen, das Letzte von meiner Seite aus, ist, man soll mit den Fischen auch vernünftig umgehen. Das heißt, man braucht auch die ganzen Utensilien dazu. Also eine vernünftige Zange, eine Abhakmatte, die Fische auch entsprechend behandeln, bevor man sie dann zurücksetzt. Und auch vor allen Dingen wissen, wie lange halte ich sie vielleicht für ein Andenkfoto vor die Kamera. Wann mache ich das lieber eher nicht? Und wann setze ich den Fisch schneller zurück? All das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke mal, da muss man auch von deiner Wart aus und von unserer als Angelprofis, in anderen Fischstrichen, auch mehr Reklame machen. Und sagen, pass auf, Jungs, mach das bitte so und nicht anders. Das ist ganz wichtig, finde ich. Ja, und Didi, du hast mir erzählt, dass du nächstes Jahr auch was ganz Großes vorhast. Ich weiß nicht, ob das schon öffentlich ist, ob ich darüber sprechen darf. Nächste Competition, Tournament, wo machst du mit? Vielleicht kannst du da ein paar Sachen, Wörter zu sagen. Ja, ich werde bei YPC Boat mitmachen. Ich fische die EFL wieder mit. Und jetzt habe ich mich so ein kleines bisschen wieder so eingefunden bei Westin. Und jetzt habe ich auch ein bisschen Zeit, das ein oder andere Tournament zu fischen. Macht mir ja Spaß. Ich habe es ja schon ewig gemacht, früher vom Stippen. Dann habe ich eine Zeit lang jetzt ausgesetzt. Das Angeln, ja, Raubfisch finde ich nun mal geil. Und deswegen, ja, man wird mich öfter sehen, neben meinem Kanal, natürlich auch auf anderen, ja, Episoden und anderen Kanälen halt. Ja, und Robert, du bist ja der Wissenschaftler ja praktisch, der sich auch mit den Wettkampfangeln beschäftigt, früher in Deutschland erlaubt. Ich habe ja auch damals im DRV in der Wettkampfgruppe angefangen. Ich bin in Schwerin groß geworden am Schweriner See und habe mit dem Stippen angefangen und da meine ersten Tournaments gefischt, ja, in der Judengruppe von DRV. Das ist jetzt natürlich jetzt in Deutschland immer so ein Problem mit den Wettkampfangeln. Und da hast du auch, ihr habt Haushalte befragt. Ja, wir haben eine groß angelegte Umfragestudie mal gemacht vor ein paar Jahren. Wir wollten mal rausfinden, wie die deutsche Bevölkerung eigentlich zu diesen ganzen Themen darüber nachdenkt, moralisch gesehen. Also wie findet die Bevölkerung Zurücksetzen von Fischen unter bestimmten Begründungen, Wettkampfangeln und so weiter. Und da kam eigentlich raus, dass zum Beispiel entgegen der landläufigen Meinung die Gesellschaft gar kein Problem hat, einen Fisch zurückzusetzen, wenn das einer vernünftigen Begründungslogik folgt. Also Zurücksetzen zum Beispiel, weil der Fisch zu groß war oder ein geschontes Fisch hat angehört, ist moralisch völlig unproblematisch für die deutsche Gesellschaft. Was allerdings mehrheitlich schon abgelehnt wird, ist das Angeln zum Beispiel nur aus egozentrischen Gründen, zu Selbstbeweihräucherung auf Deutsch gesagt. Da gibt es eine deutliche Mehrheit, die das moralisch problematisch findet. Und da ist eben auch das Wettkampfangeln zu sehen. Wenn das Wettkampfangeln einer bestimmten Begründungslogik folgt, zum Beispiel hegerische Gründe, ist das okay. Wenn es aber eben zu Siegerbestimmungen und so weiter ist, findet die Gesellschaft das nicht so gut. Und ich glaube, das spiegelt so ein bisschen auch die Entscheidung, wieder sowas in Deutschland nicht ganz zu verbannen. Es läuft ja den Vereinen zum Teil noch weiter unter dem Begriff Hegefischen, aber es ist eben nicht mehr so präsent. Und der Grund ist eben diese moralische Perspektive. Da tickt Deutschland einfach ein bisschen anders als andere Länder. Und ja, es gibt eben kulturelle Unterschiede auch dort. Ja, und da gibt es natürlich, obwohl man über ein Europa redet, doch unterschiedliche Stellungnahmen, auch was die Leute betrifft, die dann sagen, komm, wie bei uns in Italien, England, Frankreich, ist das ganz normal. Bei uns wird das halt anders gesehen. USA auch eine ganz wichtige Sache. Da ist das halt gang und gäbe. Und es hat mich damals, dass ich in den USA als kleiner Junge da unten war, regelmäßig fasziniert, wenn man da die ganzen Pros gesehen hat, wie viel selbstverständlich das für die Leute war, aber auch das selbstverständliche Umgehen mit den Fischen. Und was ich auch ganz cool finde, wenn man jetzt mal die Niederlande betrachtet, da hat man auch die Möglichkeit, das Fach Angeln in irgendeiner Form auch zu seinem Beruf zu machen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, zwei Semester habe ich eine kleine Professur gehabt auf einer Universität, habe dann quasi Fishing Economy gelehrt, wenn man so will. Und da kann man, wenn man das studiert in den Niederlanden, kann man zum Beispiel ein Angelgeschäft führen oder in der Angelbranche als irgendein Marketingmanager oder Salesmanager oder Ähnliches zu arbeiten, aber auch vielleicht seinen eigenen Fischerie zu haben, seinen eigenen kleinen See, den man bewirtschaftet, oder selbst Fischer zu werden. Das finde ich schon ganz cool. Und auch wenn man bedenkt, dass in der Schule, wenn die Kids dort in der zweiten, dritten Klasse sind, dann gibt es dort Angelvereine. Die haben dort Lehrer, Angellehrer, die gehen mit den Stippen in den Pollnern, ein paar Rotaugen fangen, ein paar Kaulbarsche fangen oder was auch immer und dann werden die Fische entnommen, die kommen in ein Aquarium und in der Schule ist eine unterschiedliche Reihe von Kindern verantwortlich für eine Woche für die Fische. Die müssen sie füttern, sie müssen gucken, dass der pH-Wert stimmt und wenn dann ein Fisch stirbt, da gibt es ein richtig großes Theater. Hey, wir haben jetzt hier Max, den Kaulbarsch, schon zwei Wochen oder drei Wochen lang gut gekriegt, der lebt noch und jetzt kommt ihr dran und plötzlich ist Max tot, nachdem wir am Wochenende wiedergekommen sind. Man sieht, dass die Leute auch ein Verständnis für die Fische finden und deswegen in den Niederlanden, wie oft habe ich das erlebt, man ist dort in so einer kleinen Innenstadt, fängt so ein Hecht beim Polder angeln und die Leute warten, was passiert jetzt damit und du unterhackst den Fisch vernünftig, setzt den Zug, da applaudieren die, da klatschen die, winken dir zu, hey, gut redan oder so, in dieser Art und Weise. Man sieht, dass das Verständnis dafür ein ganz anderes ist und das finde ich schön, wenn es irgendwann mehr und mehr auch in Deutschland der Fall ist. Ja, ich glaube, das setzt sich auch immer mehr durch. Also gerade die Nachhaltigkeit, eine gesunde Nachhaltigkeit, dass man eventuell auch dann große Fische, die gut für den Bestand sind, zurücksetzt. Wir haben das in Hamburg jetzt ganz stark, wir haben es bei den Müritz-Fischen schon seit vielen Jahren, bei dem Hecht im Beispiel. Folgen dann auch andere Bundesländer, weil die Schwierigkeit ist ja in Deutschland, jedes Bundesland hat sein eigenes Fischereigesetz, nur bin ich selber auch Präsident im Anglerverband Schleswig-Holstein und wir versuchen ja alles irgendwie möglich zu machen, um es den Anglern einfacher zu machen. Gibt es da so Tendenzen, Robert, von der Wissenschaft auch? Auf jeden Fall. Also man muss schon klar sagen, dass eigentlich beide Extrempositionen, also jeden Fisch zu töten und jeden Fisch zurückzusetzen, das ist etwas, was eigentlich problematisch ist. Und dieser Mittelweg und dann auch selbstbestimmt, vielleicht auch mal einen Fisch zurückzusetzen, ist etwas, was sich mehr und mehr durchsetzt, weil es ja auch logisch ist, weil es dem Zeitgeist entspricht, weil es da auch gut wissenschaftliche Daten gibt, dass das Zurücksetzen dann auch okay ist. Die Extrempositionen bleiben problematisch, aber im Mittelweg funktioniert es und dort gibt es jetzt unterschiedliche Bundesländer, die unterschiedlich damit umgehen. In Hamburg ist es im Gesetz, in anderen Bundesländern wird gesagt, diese Regelung muss dem lokalen Bewirtschaftler überlassen werden. Da haben wir gerade mit Kollegen vom Anglerverband Niedersachsen Umfragedaten aus Niedersachsen, da haben jetzt 20 Prozent der Vereine in der Namefenster schon selbstbestimmt eingesetzt. Es gibt selbst in Bayern Debatten, dass man unter bestimmten Bedingungen eben auch über das Zurücksetzen nachdenken kann, dass Angelvereine sich bewerben können, zum Artenschutz dort das einzuführen und so weiter. Ich könnte mehr und mehr Beispiele bringen. Es wird nicht dahin kommen in Deutschland, dass wir alles zurücksetzen dürfen. Einfach dieses sportliche, ich angle nur, um mich irgendwie im Fisch am Foto zu haben, das ist einfach nicht mit dem Zeitgeist in Einklang zu bringen. Aber das andere Extrem, jeden Fisch umzubringen und damit ökologischen Problemen zu produzieren, ist genauso am Absterben. Und von daher zottelt sich da so ein Mittelweg zusammen. Und ein Namefenster ist eine Maßnahme, es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel Schonstrecken einzurichten und so weiter, um den Fischereidruck einfach zu reduzieren und damit eben gesündere Bestände zu erhalten. So, und ich habe Ihnen ja hier, den Weltmeister Dietmar Isayas. Und Didi, was gibt es Neues bei Westin? Du bist bei Westin, du hast neue Köder entwickelt bestimmt. Und hast du da einen Tipp, wenn jetzt jemand anfangen will mit Angeln, er möchte vielleicht mal einen Zander fangen oder nicht, welchen Köder willst du denen auf jeden Fall empfehlen? Komm. Naja, das ist nicht einfach zu sagen, denn in den meisten Fällen, das hatte ich heute auch mehrere Male gehabt, dann frage ich immer, wo angelst du? Wie sieht dein Gewässer aus? Wie tief ist es? Gibt es dort Strömung oder nicht? Welche Wassertrübung hattest? Und dann kommt man eigentlich zu einem, schlussendlich zu einem Köder, wo man sagt, okay, du willst auf Hechte angeln, hast ein flaches Gewässer, ich würde dir den Swim empfehlen. Du hast einen etwas tieferen Fluss, du musst dort in der Strömung fischen, würde ich dir einen Gummi-Fisch, ein Chattis mit einem entsprechenden Bleikopf empfehlen. Ich habe ein hängerreiches Gewässer, wo ich vielleicht Kraut habe, dann würde ich eher mit einem Spinnerbeet angeln oder mit einem entsprechenden Chatterbeet, den man drüber führt. Also es ist nicht so den universalen Köder, den gibt es da nicht. Das weißt du ja selber, du wirst nicht nur mit deinem Popeye Fische fangen, du wirst auch mit anderen Ködern Fische fangen und die kann man ja auch unterschiedlich einsetzen. Du kannst mit deinem Popeye mit einem Jig-Haken fischen, über dem Boden gefischt. Wenn ich hingehe und in meinen Offset-Haken mit ein bisschen Blei unten am Haken, kann ich den zum Beispiel ganz langsam über Kraut einleiern. Fische ich den zum Beispiel am Dropshot, kann ich den auch Dropshot fischen. Du siehst, ein Köder, drei Varianten, drei verschiedene Gewässer, drei Leute glücklich gemacht. Ja und die Fische müssen ja auch am Spot sein und der Wissenschaftler, der hat auch noch was dazu zu sagen. Ja und nichts ersetzt einfach die Fähigkeit, den Fisch zu finden und einfach viel zu angeln. Und dann ist der Köder zwar wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Zeit fängt, das ist ja auch dein Spruch und das gibt tatsächlich auch wissenschaftliche Studien dazu. Wir haben eine gerade gemacht, so eine, ja die in den Anglerkreisen häufig diskutierte Geschichte, UV oder nicht UV und dann haben wir so einen engagierten Angler in der Arbeitsgruppe, der Marlon Braun, der gesagt hat, komm, da mache ich eine Studie zu. Und er hat dann also mit seinen Freunden da zusammen richtig kontrolliert, mal kleine Gummiköder verwendet, UV und nicht UV und auf Barsch geangelt. Und eine ganze Saison halt geschaut, ob wir da einen Unterschied finden. Und die Antwort ist, es gibt keinen Unterschied. Es gibt einige Tage, wo UV alles in den Grund und Boden fängt, in einem anderen Tag ist es der andere Köder und im Durchschnitt übers Jahr gab es absolut keinen Unterschied. Sodass die Wissenschaft hier natürlich nicht ständig Anglerfangforschung betreibt, aber hier und da machen wir auch eine kleine Studie, die genau so eine Dinge auch mal aufgreift. Und das hast du vollkommen recht. Und das Problem ist halt nur, wenn du halt angeln gehst, an den Tagen, wo sie eben nur auf UV beißen und von den, ich sag mal, 300 Tagen nur vielleicht 150 Angeln gehst, da sind diese 150, wirst du halt immer nur das Vertrauen in diese Köder haben, weil du halt eben nur an diesen Tagen gefangen hast. Ich sag immer, der Fisch hat auch nicht immer nur Bock auf Pommes Currywurst, esse ich auch mal gerne, mal, einmal im Monat, aber nicht jeden Tag. Dann würde ich irgendwann auch wieder was anderes essen wollen. Genauso sehe ich das bei den Fischen auch. Und letztes von mir nochmal auch an euch. Häufig machen wir Angler uns die ganze Angelegenheit viel zu viel zu kompliziert. Wir haben es mit einem simplen Wesen zu tun, was schon in irgendeiner Form clever ist, aber das einfach nur überleben möchte. Und es muss fressen. Und wir müssen den Köder so präsentieren und auch wissen, wo die Fische stehen, damit wir da auch den Fisch entsprechend fangen. Und oft ist es so, das haben wir auch mit den neuen Live-Techniken auch kennengelernt, wie oft sieht man, dass ein Köder verfolgt wird, also ein Fisch verfolgt den Köder bei mehreren Strecken, immer wieder. Und an dem Tag haben wir nicht einen Fisch gefangen, aber bestimmt 30, 40 Fische gesehen. Sie sind ja da, sie wollen aber nicht. Aber was an diesem Tag eventuell den ausschlaggebenden Faktor gegeben hat, habe ich noch nicht festgestellt. Aber dann, wenn ich das erste Mal mit einem Zander reden werde, werde ich mich melden und werde ihn fragen. Ja, die Bisse lernen immer dazu. Das merke ich auch auf meinen Angeltouren. Immer mehr. Die werden schlauer und man sieht die in den modernen Echoloten, sieht man ja den Fisch, der hinterherkommt, sich den anguckt, vielleicht auch mit einer Unterwasserkamera, mache ich mal bei meinen Gästen, manchmal auch. Dann ist da eine Waterwolf vorgeschaltet und ich sage, das war ein großer Zander. Ja, meinst du? Dann gucken wir uns das an und das nimmt ihr auf der SD-Karte auf. Dann stecke ich diese SD-Karte bei mir vorne in meinem Tablet rein und dann kannst du das angucken. Dann siehst du einen Zander, der kommt, die sind ja kurzsichtig, die kommen dicht dran und gucken sich die Köder an und beißen nicht. Robert, lernen Fische dazu als Wissenschaftler? Absolut. Also zunächst einmal vorweg, jetzt mit dieser Technik sehen wir erstmal, wie viele Fische überhaupt im Kontakt mit dem Köder waren. Das war natürlich früher auch schon so. Man kann den Fisch nicht zwingen anzuweisen. Am Ende ist es eine Entscheidung des Fisches und es gibt sehr viele Faktoren, die wir nicht kontrollieren können, Wetter und so weiter und so fort, die einfach unbekannt sind, auch wissenschaftlich. Aber wir haben durchaus gute Studien und gute Datenlagen, dass Fische dazulernen. Die Arten unterscheiden sich, wie schnell sie dazu lernen und sie unterscheiden sich auch in Bezug auf den, welchen Köder sie besonders schnell lernen. Besonders schlau sind Karpfen und diese Art von Fischen, da haben wir mehrere Studien schon, dass sie sich bis zum halbes Jahr erinnern an den vorherigen Fang und zwar nicht unfangbar werden, aber schlechter fängig werden, vorsichtiger werden, den Köder ansaugen, ausspucken. Das ist auf den Videos ja auch gut zu sehen und das ist auch wissenschaftlich gut verstanden. Nach einem halben Jahr etwa ist das wieder verloren, das Wissen. Bei den Raubfischen ist es so, dass es Large Mouth Bass, Forellenbarsche, relativ wenig gute Lärmfähigkeiten haben, Zander eine höhere, der Hecht ist und der Barsch in der Mitte und je auffälliger der Köder, desto schneller ist die Lärmfähigkeit. Ich habe ja auch in den USA gehört oder sogar gelesen, dass auch die Barsche sehr schnell vergessen, also extrem kurzzeitgedächtigt, anders als den Karpfen und die sind zwar in dem Moment, ich sage mal, vielleicht für ein oder zwei Tage begrenzt, sehr lernfähig und dann haben sie es wieder vergessen. Wir merken das ja auch, wenn zum Beispiel diese zwei Monate Schonzeit in den Niederlanden zum Beispiel stattfindet, wo kein Kunstköder ins Wasser kommt, dass oft die Tage, die danach sind, ist manchmal wie Eldorado und man hat dann das Gefühl, man kann alles reinschmeißen und man fängt Fisch. Genauso ist das. Die Fische unterscheiden sich in der grundsätzlichen Lernfähigkeit und auch in der Erinnerungsfähigkeit und die Räuber sind grundsätzlich schlechter darin. Das hat evolutionsbiologische Gründe, weil ein Raubfisch kann es sich nicht leisten, dolle zu warten. Er muss also schnell anfassen, wenn mal die Chance da ist, während so ein Friedfisch warten kann. Die Beute schwimmen in der Regel nicht weg, deswegen haben die eine höhere kognitive Fähigkeit, eine höhere Fähigkeit, sich was zu merken. Bei den Räubern ist es so, dass es genauso, wie du das gesagt hast, je doller der Fischereidruck konstant herrscht, desto mehr sind die Fische in Alarmbereitschaft. Und wenn du dann Pausen einbaust, eine Stelle nicht befischt oder es gibt schon Bereiche, dann ist das vergessen relativ schnell und die Fische sind dann wieder reaktiv und lassen sich dann auch wieder mit den alten Ködern fangen. Also das ist in vielen Studien nachgewiesen worden, haben wir selbst am Forellen untersucht, eine lustige Studie, wo wir in Teichen gearbeitet haben, wo wir konstant gefischt haben und die Fische in den Sender getragen haben. Wir konnten also sehen, wer wie häufig am Köder war. Und dann haben wir Pausen eingebaut, drei Tage, sieben Tage nicht befischt. Und man sieht, dass die Fangraten abrauschen, wenn du konstant beangelst. Wenn du aber die Pausen einbaust, dann bleiben die Fangraten höher und man fängt unterschiedliche Individuen, weil eben die besonders scheuen, die bei einer konstanten Beangelung auch ständig mitkriegen, dass was passiert, dann eben fängig sind an einem bestimmten Tag und dann geangelt werden können. Ja, ist super. Ja, das finde ich mega. Also wenn so ein Wissenschaftler immer da ist, hier Prof. Dr. Robert Arlingenhaus hier auf der Angelwelt Berlin, der Angelprofessor, so wird er ja auch genannt in der Szene. Wahnsinn, was für ein Wissen dahinter steckt, alles wissenschaftlich untersucht. Und ja, und Hamburg hat natürlich dir aus dem Namefenster mit zu verdanken. Du hast da sehr viel beigetragen und dadurch ist der Fischbestand dort auch oben in den Bereichen eigentlich gut, mit großen Fischen. Das weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht aktuell die Kenntnis, wie der Bestand ist. Da müsste die Kollegen fragen. Aber ja, es war damals tatsächlich so, dass Hamburg wissenschaftliche Beratung eingeholt hat und wir haben dort eben zusammen mit den Landesverbänden, mit Fischern und so weiter zusammengesessen, haben einfach mal diskutiert und ja, bin froh, dass unsere Erkenntnisse da eben auch mal eingeflossen sind. Ja, und Didi macht ja auch viel jetzt auf YouTube. Du hast einen eigenen Channel und hast tolle Videos, da Erklärvideos gerade, auch für den Angelanfänger. Also nicht nur so für den Experten, für den Angelanfänger. Finde ich sehr gut, ist sehr gut gemacht. Und du bist ja auch so, du bist zeichnend, du kannst gut zeichnen. Wo hast du das her? Konnte ich schon immer. Also das ist halt so. Ich habe zwar ein Problem mit Malen, also mit den Farben, weil ich vielleicht so ungeduldig bin, die Farben zu mischen, aber ansonsten zeichnen ist kein Problem. Das hat mich früher immer schon so extrem fasziniert, wenn man irgendwelche Sendungen von wirklich, von sehr, so wie Dalli Dalli oder irgendwas Ähnliches, wo irgendwie schnell gezeichnet wurde. Erkennen sie schnell, man wusste Hund, Katze, Maus oder wie auch immer, die Montagsmaler. Also man sieht, wie alt ich eigentlich bin. Und das fand ich immer cool. Das haben wir auch teilweise auch, wenn ich mal bei meinen, ja, Patenkindern bin, da macht man früher auch mal so ein Spielchen. Die mussten irgendwie was kritzeln und ich habe dann aus dieser Kritzelei irgendetwas Schönes gemacht. Ich denke, es hat was mit der Fantasie zu tun und über dem Kopf zeichnen ist auch kein Problem. Das ist einfach... Ja, also ihr müsst euch mal auch die Videos anschauen von Dietmar Jesajsch auf YouTube. Ein toller Kanal, kann ich euch nur sagen. Sehr viel Wissenwertes drauf. Es geht um Barsche, Hechte, Zander, alles das. Und dass er angeln kann, hat er über die ganzen Jahre schon bewiesen. Und ich bin gespannt, was dann im nächsten Jahr in den Tournaments kommt, wenn Diti wieder angreift. Also, hast du schöne Spots da? Ja, du bist ja in Holland, das kennst dich auch aus. Hast du einen schönen Spot da? Ich habe mehrere Spots. Holland ist mein Spot. Ja, nein. Ich bedanke mich bei euch natürlich, dass ihr da wart im Angler Talk. Vielen, vielen Dank. Dietmar Jesajsch, Raubfisch-Weltmeister und Professor Dr. Robert Arlinghaus. Endlich mal im Angler Talk. Mal wieder. Also, danke, dass du da warst, Robert. Es war sehr spontan. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, schöne Grüße und denkt immer dran, Zeit ist Fisch. Wir sind raus. Schönen Dank. Tschüss.